Es ist eine Mammut-Veranstaltung. Mehr als 1700 Journalisten aus dem In- und Ausland. Auch Fragen dürfen gestellt werden, aber wer sich akkreditieren wollte, musste sie vorher vorlegen. Deshalb ist klar, der Präsident hat auf alles eine Antwort. Es geht nicht um Neuigkeiten, es geht um den Ton und der ist angriffslustig. Was die Ukraine angeht, da will man die Lage eskalieren. Warum? Das ist doch klar. Es gibt Wahlen. Das ist gegen die Interessen des Volkes. Sie sind wahrscheinlich sehr enttäuscht, dass keine Soldaten gestorben sind. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Zum inzwischen 14. Mal findet diese Jahresbilanz statt. Eine Propaganda-Inszenierung. Russland will fünftgrößte Wirtschaftsnation werden. Die WM war ein Riesenerfolg. Es wird Sozialreformen geben und die Sicherheit der Welt steht auf dem Spiel. Natürlich müssen wir für unsere Sicherheit sorgen, wenn die USA die Rüstungsverträge kündigen und Raketen in Europa stationieren. Wir wahren nur die Balance. Sie senken die Schwelle zum Einsatz von Atomwaffen. Das könnte zu einer globalen Katastrophe führen. In einem Punkt allerdings ist er sich einig mit seinem wohl größten Kontrahenten, dem US-Präsidenten. Der Abzug aus Syrien sei richtig, sagt der Präsident. Aber eben diese Entscheidung entzweit ja auch die Anti-IS-Allianz. Und er gilt als stärkster Verbündeter des syrischen Machthabers Assad. Es sind halt die verborgenen Töne, die es zu hören gilt.